Scharfzähne in unserem Tal? Wir müssen die anderen warnen. Ja. Scharf, scharf, scharf. Sehr gefährlich hier draußen. Ich dachte, Scharfzene können nicht in unser Tal rein. Wie sind sie reingekommen? Ich glaube, das ist unsere Schuld. Was soll das heißen? Was haben wir damit zu schaffen? Wir haben mit der Steinlawine ein Loch in den Wald gerissen. Stimmt. Großvater! Ich muss Großvater helfen! Lidlfurt ist ein Erwachsener. Er wird mit dem alten Schafzern schon fertig. Nein, er braucht mich. Jumper, bleib hier! Jumper, bleib hier! Ja! Jumper, bleib hier! Ja! Jumper, bleib hier! Jumper! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hoffe, wir ziehen noch mal Zeichen. Jetzt! Jetzt! Lidlfoot, hier rein, schnell! Ducky, du gut gewerft. Danke, Petri. Das ist für dich, du mieser, alter Schafzahn. Ich komme, Freunde! Ah! Ich komme, Joyce! Run! Spike! Jetzt, Spike! Los! Los! Wir haben es geschafft, Spike. Wir haben diesen alten Schafzahn erledigt. Da ist ja noch eine. Spike! Hoch mit dir, Spike! Schnell, steh auf! Gucki! Das ist mein kleinen Bruder gefälligst in Ruhe. Das war eins unserer Kinder. Ducky! Da lang, schnell! Oh! Oh! Ich komme, Ducky! Alter, mieser Schafzahn! Hilfe! Hilfe! Oh! 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 Ich bin weg von meinen Kindern. Oh! 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 Oh muy hart! Da ist überhaupt nicht hier cooler.